So, hallo, da sind wir wieder bei The Legend of Zelda The Wind Waker. Ups! Eigentlich habe ich ja nach den Triforce-Stücken geguckt, aber wie wir sehen... Oh, come on, warum setzt der denn nicht das Segel? Segel setzen... Oh, nein, er springt immer... Bin ich jetzt hier richtig? Segel setzen. Ah, und er springt immer wieder ins Wasser. Shitty! Ey, was ist hier los? Das Geisterschiff geht weg. Oh Gott, dieses Spiel macht mich kirre. Ich drücke wirklich immer Segel setzen und das geht nicht. Oh Gott. Ihr wollt's mich da verarschen. Jetzt. Keine Ahnung, was das wieder war. Er nimmt mir das schnelle Segel nicht, ne? Keine Ahnung, schnell zum Schiff. Schnell zum Geisterschiff. So, jetzt gucken wir mal. Oh. Hey. What? Nein! Hä? Wieso verschwinden das jetzt? Jetzt bin ich aber irritiert. Wie komme ich denn auf dieses Schiff? Okay, probieren wir's nochmal. Ich hab meinen Controller nochmal neu synchronisiert. Es scheint zumindest das Segel zu funktionieren. Aber ich komm nicht in das Schiff rein. Warum? Hier steht, wir müssen nur drauf zufahren. Es tut sich nix. Okay, also, ich hab nachgelesen, weil ich hab's einfach nicht kapiert. Und zwar brauchen wir eine Karte, bevor wir da reingehen können. Das ist ganz toll. Und zwar müssen wir, ich bin grad in der Nähe, dann brauche ich auch Ding. So, jetzt gucke ich nochmal da drauf. Wir müssen hier hin. Rhombusinsel. Okay. Och, jetzt fällt er schon wieder ins Wasser. Segel sitzen. Okay, klick da. Oh, hier, hier, hier. Das Spiel macht mich fertig, hier. Rhombusinsel. Das müsste theoretisch die da vorne sein. Ich hab eigentlich gedacht, da haben wir schon was. Geschaut auf dieser Insel, aber anscheinend doch nicht. Okay, ich hoffe, das ist die richtige Insel. Rhombusinsel. Rhombusinsel. Nee. Das sieht nicht nach einer Rhombusinsel. Ah, aber da ist irgendwas, was blinkt. Da müssen wir mal rein. Da müssen wir mal rein. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Na, toll. Na, toll. Na, super. Okay. Also, hier ist immer falsch. Dann kann es ja nur die Kleine da hinten sein. Guck nochmal auf. Die Mappidi Mapp. Dann kann es nur die sein, da hinten. Uh, da sind noch ein paar Dinger. Ah. Noch ein paar Möwen. Da ist wahrscheinlich nochmal so ein... Komm, den machen wir erst am Arsch. Da müsste es eigentlich so ein... Ja. Genau. Genau das meine ich. Ich hoffe, ich schaffe den. Der hat ziemlich viele Augen. Ich hoffe, ich schaffe den. Okay, gut. Gut. Ach, okay. 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 Bitte lass es kein Rubin sein. Es ist ein Rubin. Okay. Okay, wie komme ich da hoch? Halt an, mein Freund, halt an. Okay, wahrscheinlich muss ich hier mit dem Enterhaken drauf, ne? Okay. Okay, was muss ich hier machen? Geil. Muss irgendwas sein. Kann ich noch weiter hoch? Naja. Ist doch bestimmt auch noch so ein Slimey Slime. Okay. Na. Okay. Das Blöde ist, es ist natürlich auch wieder Tag. Hey, Moment mal. Ne, hier war ich doch schon. War ich hier nicht schon? Was passiert hier? Ah, da ist ja noch so ein... Aha. Okay. ... ... ... ... ... ... ... ... Okay, da bin ich rausgekommen, ne? Oder? Ne. Den habe ich weggesprengt. Einfach da mal rein. No idea. No idea. Oh, da sind ja noch mehrere von den Typen hier. No idea. Genau. Aber... Ich habe keine Ahnung, wo ich eins rein muss. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass das hier so komplex wird. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang. Nice. Ich hoffe, die Viecher sind jetzt nicht wieder da. Sonst kriege ich ein bisschen... Okay, das war auch nicht der richtige Weg. Ach, es ist wieder da, das Vieh. Und, ist es die Karte? Hm, das ist nicht die Karte. Toll. Ach, jetzt ist er auch wieder da. Na super. Ich gehe jetzt hier nochmal rein. Ich gehe jetzt hier nochmal rein. Okay. Okay, bin ich vorhin in links oder rechts reingegangen? Ich weiß es nicht mehr. Hier bin ich rausgekommen, ne? Da bin ich reingegangen. Ich geh jetzt einfach mal in den da rein. Nee, das war falsch. Ich sowas nicht mag, ja. Ich mag sowas gar nicht. Aber ich habe ein Gedächtnis. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt sind sie natürlich wieder da. Okay, ich versuche hier einfach durchzulatschen. Okay, hier war ich noch nicht. Nee, hier war ich noch nicht. Gut. Gut. Tja, wo muss ich jetzt lang? Ja, links oder rechts? Mein Gefühl sagt mir links. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Ah, Halleluja. Gott sei Dank. Wo ist die Karte? So. Okay. Okay. Gleich hier wieder raus. So, jetzt müssen wir natürlich auch wieder das Geisterschiff finden. Ganz toll. Ich könnte hier aber auch die Nachtmusik spielen. Okay, ich mache hier die Nachtmusik und wir warten einfach so lange, bis das Schiff dann da ist. Bis gleich. Okay, das Geisterschiff ist da. Sehr gut. Dann ab zu unserem Bötchen und dann gehen wir auf dieses Geisterschiff. So, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Einfach drauf zu fahren. Ah, das sieht ja schon viel besser aus. Sehr gut. Der Nebel da unten sieht nicht sehr gut aus. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, oder? Dann wische ich die da drüben auf. Dann wische ich die da drüben auf. Wie war denn es da nochmal mit diesen Leuchtviechern? Ich weiß es nicht mehr. Mist. Ich habe es vergessen. Wie konnte man die denn... Wie konnte man die denn besiegen? Naja, so. Ah, super. Ah, jetzt bin ich wieder verwirrt. Mist. Oh nein, das ist so ein Schreiheits. Oh nein, das ist so ein Schreiheits. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Kann er jetzt mal ein bisschen hier runterkommen? Halleluja! Ich habe jetzt die Schnauze voll leer. Wo ist er? Wo ist er? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Halleluja. So, ist hier jetzt ein Triforce drin, oder was? Ja, sehr gut. Okay. Okay. Na gut. Okay. Immerhin. So. Geisterschiff-Karte erledigt. Okay. Also, und jetzt fehlen noch diese zwei Splitter, die ich nicht gefunden habe. Jetzt fahren wir da einfach mal nochmal hin. Kann doch einfach nicht sein. Ich gehe mal davon aus, dass es auch irgendwas mit dem Mond, mit der Mondphase zu tun hat. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil da war ja definitiv nichts. Jeez. So. 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 Was ist denn los, was erleuchtet? Ich muss den ganzen Schizzle da mitnehmen. Okay, es müsste eigentlich hier irgendwo sein, ne? Irgendwo hier. Nur wo? Ich zeig mir aber nicht, vielleicht muss ich noch mal den Fisch füttern, das wäre ärgerlich. Dass der mir noch Tipps gibt. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein. Habe ich noch Fischfutter? Ich glaube eher nicht. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Gebe ich ihm mal. Dem Fischi. Guck mal, vielleicht hat er noch einen Tipp für mich. Was soll der Geist? Willst du mich etwa jedes Mal im selben Futter abspeichen? Na schön, ich gebe dir meine Informationen gerne noch einmal, aber nur weil du's bist. Komm doch mal nachts her, wenn der Mond links ein kleines Stückchen fehlt. Ja, das war ja auch noch einmal im selben Fischfutter abspeichert. Interessiert mich jetzt nicht mehr. Okay. Ja, das war ja aber die Info mit dem Geisterschiff. Voll daneben. Keine Lust auf sowas. Keine Geduld. Ich brauche deine Pfeile nicht. Geh weg. Okay. Dann machen wir nochmal die Nachtmusik. So, sehen wir hier irgendwas. Wir sehen nichts. Gar nichts. Es leuchtet nichts und nada. Null. Zero. Muss ich vielleicht irgendwas an dieser Karte aktivieren? Mensch, Mensch, Tingel. Was hast du mir hier aufs Auge gedrückt? Ich kapier's einfach nicht. Bin ich vielleicht falsch? Nee, ich bin richtig hier. Stimmt doch. Ich verstehe es nicht. Oder muss ich einfach irgendwo angeln? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh, Leute. Ich bin echt am Verzweifeln. Ich habe echt keinen Plan. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass wir hier bei einer bestimmten Mondphase sein müssen. Aber ich bin, glaube ich, ein bisschen weiter weg von der Insel. Ich hoffe, dass mir das angezeigt wird, ne? Ei, ei, ei. Ich muss da so lachen. Wenn das hier verpackt ist. Und ich nicht weiterkomme. Oh, Gott. Das wäre allergrößte Mistkacke. Das müsste man ja auch den Schatz dann untertags sehen, oder nicht? Also irgendwas... Irgendwas ist da faul. Man sieht gar nichts. Kann ich es vielleicht bei Terry kaufen? Oh, das wäre ja echt zu doof. Das wäre wirklich zu doof. Nein, ich wollte eigentlich aussteigen. Nee. Ich guck mal. Nee, da kann man nichts kaufen. Pfeile und Bomben. Brauch ich nicht. Tschüss. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. So. Also. Oh, da war's. Nein. Oh. Oh, gut. Okay. Gut. Also, ich wollte eigentlich zu dieser Rombusinsel nochmal. Rombus, Rombus. Bin ich jetzt richtig hier? Äh, nein. Ich bin verkehrt. Hm. Hm. Wo war die denn? Naja. Die müssen wir in diese Richtung sein. Okay, dann muss es eigentlich die doch vorne sein, die zacken. Ähm, das war da, wo diese Geier da oben rumgekreist sind. Hm, da war doch so eine Tür mit einem Gatter oder Gitter. Und, äh, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich war da drin und bin dann wieder rausgegangen. Kann es sein? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich da drin getan habe, aber... Auf jeden Fall muss ich irgendwo was vergessen haben, denn... Es kann ja nicht sein, dass ich hier... nichts mehr finde. Also, ich kann mir nur vorstellen, ich war wo und dann... Ähm, habe ich das nicht eingesammelt. Und ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, dass ich gesagt habe, äh, was muss man hier machen und hier komme ich später nochmal hin. Ja, und ich glaube, ich meine, das muss hier gewesen sein. Gucken wir mal. Und wenn es hier nicht war, dann weiß ich... Ah, hier war es nicht. Okay. Also, diese Kiste haben wir schon... bekommen. Okay. Also, dann bleibt mir jetzt nur noch eins übrig. Also, ich muss alle Locations nochmal abgehen. Alle Locations, wo ein Splitter zu finden gewesen wäre. Also, aber ich habe mir die Locations hier notiert und wir können diese abhaken. So, gut. Das Geisterschiff können wir auch abhaken. Das haben wir ja gemacht. Okay. Verzeihung. Ich hätte mir was zu trinken mit hierher nehmen sollen, aber habe ich vergessen. So. Ähm, gut. Dann. So, jetzt muss ich mal gucken. Also. Ach nee, das war gar nicht die Rombus-Insel, ich Idiot. Wie hieß die? Greifen-Horst-Insel. Genau. Aber zur Rombus-Insel will ich jetzt auf jeden Fall... Dann bin ich am schnellsten hier, denke ich. Okay. Okay. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so lange rummache. Mit diesen Teilen, aber ja, es tut mir wirklich leid. Ich finde es halt einfach nicht, das Zeug. Und ich bin auch noch in der verkehrten Richtung. Super. 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 Ich bin auch noch in der Wasser. Ich bin auch noch in der Wasser. Oder wo man das immer noch hat, was leuchtet. Das nennen wir mit. Wenn wir jetzt eh schon hier rumschippern, dann nehme ich auch das Zeug mit. Und wenn es nur 50 grüne Rubine sind? Egal. Okay, ich muss mehr nach Westen. Oh, da kreisen noch. Da kreist noch was. Oh, da kommen die immer wieder. Oder die Oktopoden. Moment. Okay, dann kreisen die Möwen immer noch, aber die Kragen sind anscheinend weg. Okay, da muss ich jetzt hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da gerade erst war, aber... Ne, hier war ich doch gerade erst. Ne, also hier bin ich definitiv gewesen. Und deswegen kreisen wir das ab. So, okay. Da muss ich nicht hin. So, also dann fahren wir mal geradeaus weiter. Zu dieser Nadelfelsinsel. Aber da müsste ich eigentlich, müsste ich eigentlich auch, müsste ich eigentlich auch abgehakt haben. Mensch, 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 Mensch. Hier... Da war ich doch... Da war ich aber sowas von. Da steht doch noch... Da steht noch die Kiste. Hier steht noch die Kiste. Nein, okay. Also hier... Hier war ich. Hier ist definitiv nichts mehr zu holen. Okay. Abhaken. So. Schwimmende Festung. Da war ich eigentlich auch. Da war ich eigentlich auch. Schwimmende Festung. Da waren wir ja gerade erst. Marinaken. Okay. Capogrande. Capogrande. Hört sich an wie ein großer Café, bitte. Der Kurs stimmt. Der Kurs stimmt. Der Kurs stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Kapo Grande Okay, ich mach mal die Bötchen hier kaputt, vielleicht Können wir hier was? Okay, dann hier nochmal auf die Insel. Also, was war hier? War hier so ein Loch oder was war hier? Also, hier ist schon ein bisschen länger her, dass ich hier war, ne? Ja, doch, da war auch so ein Loch. Aber wir gucken trotzdem nochmal rein. Ich kann mich absolut nicht erinnern, ob ich hier schon was erledigt habe. Okay, das war so eine Arena. Das habe ich bestimmt gemacht. Ah, die Lichter leuchten. Die Flammen leuchten. Das habe ich hier gemacht. Okay. Ja gut, können wir auch abhaken. Na super. Da bleibt mir nichts mehr übrig. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Was habe ich alles abgehakt? Das Geisterschiff haben wir gemacht? Das kann doch nicht so schwer sein. Also bitte. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich diese zwei letzten Splitter nicht mehr finde. Okay, jetzt habe ich noch einen Ort, den ich mir markiert habe. Uff, ist schon. Okay, jetzt habe ich noch einen Ort, den ich mir mache. Untertitelung. BR 2018 Oh, haben wir da noch was? Da kreisen auch noch so Viecher. Vielleicht kommt da auch nochmal eine Krake. Gucken wir einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da irgendwie schon war oder was. Ach nee, warte mal, das war da nicht irgendwie so ein Minispiel? Äh, da war so ein Minispiel. Okay. Okay. Gucken wir, was wir da haben. Die Uranus geblinkt, Gott. Ach, das war das. Nee, hatte ich das auch gemacht, ne? Hier war ich doch auch, oder? Hier war ich doch. Hier war ich doch. Oh Leute, Mann. Ey, ich bin echt verzweifelt. Ich bin wirklich verzweifelt. Entweder verarscht mich dieses Spiel, aber sowas von, oder das ist verpackt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Hier erscheint nichts und gar nichts. Okay, wir gucken noch mal kurz ins Menü. So. Ne, uns fehlen noch Splitter. Wir haben nicht alle Splitter zusammen. Muss Tingel vielleicht noch irgendwas freischalten, aber eigentlich... Ich weiß auch nicht. Ich bin verzweifelt. Ich bin echt verzweifelt. Hier leuchtet ja auch nichts, ne? Äh, gar nichts. Also normalerweise müssten die noch im Meer rumliegen. Ich hab extra geschaut. Aber hier ist nix. War nix. U-Boot-Karte, Terry-Karte, Wachposten-Karte. Ich meine, es ist ja auch eingezeichnet und ich war an diesen Stellen schon mehrfach und trotzdem erscheint nix. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mega verzweifelt. Ich mache jetzt hier einen Cut. Keine Ahnung, wie lange jetzt der Teil wird. Es sind mehrere kleine Videos, die ich gerade zusammenschneide jetzt dann. aber ich hoffe wirklich, dass ich im nächsten Part die letzten beiden Teile finde. Weil sonst muss ich das jetzt Play leider abbrechen. Das kann ja nicht sein. Das wollen wir nicht. Wir sind kurz vor Ende. Wir wollen dieses Spiel zu Ende bringen. Also bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020